So, da sind wir wieder. Es geht nach Genf, Sprachendeutsch. Mit dem Krebs dabei. Und dann schauen wir mal. Böser Sand. So, was haben wir denn hier Schönes? Ja, behalte ich die Westseite. Ich musste neu starten, weil ein Zivilist festhing an einem Tisch und ewig versucht hat, da wegzugehen und wieder hinzugehen und wieder wegzugehen und wieder hinzugehen. Schade. Hat ja schon schöne Scharfschützengewehr angesammelt, na gut. Lone, enemy, operative. Eliminate or capture. Keep it quiet, if possible. I trust this is him, Horvath. Huch. Hier ist ja schon der Agent. Gott, aber so weit weg. Ernsthaft? 91 Leben, das heißt, kann das da mal was das tun? Gut. Das heißt, er kann gleich rumlaufen und alles einsammeln. Plus die Kameras. I'm all ears. Kobra. Haben wir hier noch irgendwas? Nein. Ein Stockwerk tiefer irgendetwas. Wahrscheinlich nicht. Aber hier oben sind es mehrere Dinge. Zwei. Und unten drunter sind dann die Kameras. Ein Schließfach. Gut, er fängt aber unten an. Hier ist wirklich nichts. Na, ich glaube nicht. Da ist was. Da kann sie ja so lange hin. Bevor sich hier gar nichts zu tun hat. Das müssen wir halb time mit den Zivilisten. Da muss ich mal den Rückweg absichern. Was kann ich für dich tun? Ein vertrauliches Dokument. Was kann ich für dich tun? Die Kameras müssen eh aus, weil... Na, da ist natürlich dicht. Ich hoffe, da ist jetzt nicht zu. Das ist die Treppen, okay. Da hat er noch einen Schrank in dem Raum. Was stellst du da vor, ne? Ne, nicht ganz. Er sieht es auch nicht. Gut, vielleicht in Ordnung. Ein Gewehr. Mehr von dieser Reißzahn-Munition. So, jetzt haben wir noch einen Schrank. Woher denn jetzt die Treppe? Da. Was kann ich für dich tun? Oben waren Dokumente. Und da müsste auch der letzte Schrank sein. Ich glaube, das ist wichtig. Was do you require? Oh, ne vernünftige Pistole oder ein Schalldämpfer, ey. Das wär so gut. Tja, hat sich nicht bewegt, der Agent. Nicht hervorragend. Ah, hier kommt er ja auch hoch. Da, alles klar. Ich glaube, das ist wichtig. So, wie kommen wir jetzt da rein, hier rum? Meine Fähigkeiten sind an deinem Zivilist. Das klappt doch normalerweise, ne? Ah, da ist der zweite Zivilist. So, den könnte ich ja jetzt theoretisch umhauen, ne? Ohne dass es jemand merkt und dann verschwinden lassen. Theoretisch. Ich glaube, das ist wichtig. Das ist schon krass, dass man direkt daneben stehen kann. Das Problem ist, dass die Evakuierungszone verflucht weit weg ist. Das ist wichtig. Hm, der Zivilist geht ja auch nicht mehr weg. Ist ja nicht so schlimm. Noch so ein Gewehr, okay. Jetzt gleich kommt sie, alles klar. Der kommt leider zurück, aber er geht hier hinten hin. Was macht er? Er geht gleich nach vorne, gut. Ich glaube, das ist wichtig. Ich denke, der muss weg. Weil ich da durch muss. Ich will dir jetzt sehen. Ist das neben? Ja, es ist hier vorne. Oder da hinten? Ja, da hinten. Ah, da war eigentlich kein Gewehr. Da vorne ist schon besser, dann kann ich vielleicht wirklich hier oben langlaufen, nachdem wo die anderen sind. Ah, man kann sogar, oh, okay. Das wusste ich gar nicht, dass das auch geht. Das wusste ich gar nicht. Das wusste ich gar nicht. Hast du noch lange genug hinter ihm gestanden und dir überlegt, wo du genau hinschlägst. Erstmal eben da oben, Richtung Wand. Moment. Okay. Hier unten ist einer. Hier ist der eine. Und da oben ist noch einer. Gut. Vielleicht kann ich das ja timen. Schauen wir mal. So, ich habe den Spielstand geladen, weil ich es, um ehrlich zu sein, scheiße fand, dass man die Leiche da oben gesehen hat. Wenn ich mir die Reichweite der tollen Leute hier angucke, dann hat das keinen Sinn, dass man hinter der Deckung da oben eine Leiche sieht. Bekomme ich hier wieder schnell rauf? Nee. Er geht gleich wieder da hinten hin. Gut. Vielleicht bekomme ich ihn ja da kaputt. So, der geht rüber. Der Bauarbeiter bleibt da stehen. Der ist guckt nur. Er geht hier rüber. Dann sollte das diesmal klappen. Mit ihr sollte ich aber trotzdem noch nicht loslaufen. Und da unten ist mir auch noch einer drinne. Meine Skills sind auf der Kaffee. Die Frage ist natürlich jetzt, ob die jetzt ankommen, weil sich er nicht zurückgemeldet hat. Die restliche Bagage. So, er sieht das da unten. Er geht gleich nach oben. Er geht auch gleich weg. Das heißt, eine Runde muss ich nur abwarten, bevor ich hier hinlaufe. In der Hoffnung, dass er dann... ...nicht so weit wegläuft. Ich kann mich ja auch hier hinter den... Tja, das ist natürlich jetzt die große Preisfrage. Vielleicht hier hinstellen. Ich könnte ja mit... ...Dieter hier unten hin. ...und schauen, was so passiert. Er läuft gleich rüber. Das heißt, ich könnte ihm eigentlich hinterherlaufen. Der sieht mich nicht. Und der ist dann weit genug weg. Theoretisch kann ich ihm hinterherlaufen. Das mache ich jetzt auch. I'm all ears. Wenn du dich jetzt bewegst, ne? Er hat mir kaputt gelacht. Drei Runden. Dann lauf mal da rüber. Ich kann dir überhaupt nichts sehen. Das ist sehr gut. Ich kann dir überhaupt nichts sehen. Das ist sehr gut. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Das ist sehr gut. Ah, da kommt das Luftfahrt zurück. Und weg. Alles ausgemotet. Alles ausgemotet. Einen schönen Revolver. Dann haben wir die Bleiche gefangen genommen. Handelsvertrag für einen Pistolenschalldämpfer. Oh ja. Geil. Bis zum nächsten Mal.